Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Talk vom DIVOC Push the Talk. Im nächsten Talk geht es um Alexander. Alexander ist YouTuber, hat einen YouTube-Kanal unter Elektrotechnik in 5 Minuten und wird uns im nächsten Talk ein bisschen was über Lernvideos erzählen und wieso gerade Lernvideos in der aktuellen Zeit steil durch die Zeit sind. Dieser Talk, this talk, will also be translated into English. You can find the English translation under mumble.c3lingo.org Und mit diesen, jetzt deutschen Wörtern, leite ich über zu Alexander. Alexander, herzlich willkommen und zum diesjährigen verteilten Chaos. The stage is yours. Okay, danke dir, Herald. Ja, mein Name ist Alexander Stöger und heute möchte ich sozusagen referieren, warum boomen Lernvideos auf YouTube. Also ich betreibe den Kanal Elektrotechnik in 5 Minuten und da ist mir was aufgefallen und zwar diese Lernvideos boomen brutalst. Wie ist mir das aufgefallen? Einmal durch zwei Sachen. Einmal durch die Kommentare, wie sie eh gerade hier schon stehen seht und einmal durch die Aufrufzahlen. Die Aufrufzahlen bei den ganzen Lernvideos, nicht nur auf meinem Kanal, sondern generell gehen exponentiell nach oben. Und in den Kommentaren, das Feedback, was ich von den Zuschauern bekomme, das ist bei mir, ist ja meine Zielgruppe, meine Studenten, ist immer wieder das Gleiche. Schade, mein Dozent erklärt es nicht so gut. Endlich habe ich es kapiert. Sie müssen an die Uni kommen. Wir schreiben morgen einen Test drüber. Hat es nicht erklärt und so weiter. Jetzt hat er den Test bestanden. Und es geht immer wieder aufs Gleiche raus. Und dieses Bedürfnis, was die Zuschauer da haben, das haben irgendwie gigantische, große Menge hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, sondern international. Dieses Saugen nach Wissen, das sehr verständlich produziert wird und das man sehr schnell konsumieren kann. Und da haben wir mich gefragt, Mensch, wie war das ganz am Anfang? Und dann fragt mich, wie war das in der ersten Zeit? Wie war das Leute vor dem Internet, vor dem YouTube und all das? Und dann war das Klassiker, das Klassiker, ein Klassiker, ein Klassiker, ein Klassiker, und jemand war stehen in der Front, und der Auditorium war nur listening und ob sie die Klassiker oder nicht, und es war nicht understandable oder nicht. Und dann gab es auch noch einen Buch. Und wenn du noch nicht getest, dann gab es dann andere Leute, die Ouderbrother, ein Klassiker, ein Klassiker oder andere Leute, die da waren, die da waren, die mir noch ein Klassiker, die erzählen konnten. Aber ja. Und jetzt, da ist jetzt dieser Bewegung mit die Lernen-Videos, und das wirklich Explode. Das ist jetzt das neue Kategorie, wie ich lernen habe. Ich habe schon viel von mir bekommen und ich habe schon viel von mir bekommen, dass die Leute nicht mehr in die Uni gehen, aber nur lernen von den Videos. Aber dann habe ich gedacht, was ist die besondere Sache, warum sind die Videos so großartig? Und da gibt es bestimmte Enablers, die bestimmte Situationen möglich machen. Und eine von ihnen ist die klassische Internet. Wenn du 20 Jahre alt bist, da gab es Internet, aber nicht wirklich die 56k Modem. Du könntest nicht wirklich die Videos sehen, es wäre einfach nicht möglich. Aber heute gibt es viele sehr schnellen, die DSL 5G kommen. Es ist einfach da, es gibt. Und das ist ein Enabler für diese Videos. Ein weiterer Punkt für diese Videos ist die Equipment. Nowadays, jeder hat eine 4- oder sogar 8K Kamera in ihrem eigenen Bücher. Und das ist extrem. Du kannst einfach ein Video machen und einfach ein Video sehen. Und es ist so einfach. Du brauchst diese Lern-Videos nicht von diesen Dozenten in einer Hochschule, sondern mehr oder weniger von den Studenten. Aber von den Jugendlichen, von den Studenten. Und sie sprechen die gleiche Sprache. Und das ist etwas interessantes von den Generationen. Es gibt verschiedene Generationen. Und jede Generation hat verschiedene Valen von den anderen. Und wenn du in deinem Generation bist, ist es viel einfacher, dass sie die gleichen Sprache verändern. Es ist viel einfacher als wenn jemand in der 60s, ein Professor, sagt dir etwas. Ein weiterer Punkt ist YouTube und Google. Wenn du heute dein Smartphone mit Android und Android hast, ist es auch Google. Even wenn du nicht möchtest, kannst du es ausfüllen. Und Google, wenn du etwas möchtest, ist es sofort ein Video. Das ist einfach, wie du es ausfüllen kannst. Ein Beispiel ist, wie du es ausfüllen kannst. Wie du es ausfüllen kannst. Wenn du es ausfüllen kannst, ist es ein Video. Wenn du es ausfüllen kannst, ist es viel einfacher. Das ist die nächste Punkt. Du kannst es so oft wie du gerne. Du kannst es so oft wie du möchtest. So, wenn du jemanden nicht anwenden kannst. Wenn du deine Lehrer fragen, sie sich fünfmal zu repetieren, würde das füllen. Das wäre echt anwenden. Und das ist wirklich anwenden, wenn du das machst. Aber das Video ist sehr patient. Und du kannst es so schnell wie du es brauchst. Wenn du willst, wie du eine Paperplane machen kannst, kannst du in der Video jump around, und du kannst es aufhören, oder du kannst es aufhören. Oder du kannst es aufhören. Whatever du brauchst, ohne jemanden zu beurteilen. Es ist anonym. So, niemand denkt du bist dumm. Und die letzte Punkt ist noch so... Und ja, der nächste Enabler ist die Monetization. Mit dem Keyword Creator, zum Beispiel auf YouTube, sie bekommen Geld. Wenn sie ein Video machen, das ist wirklich erfolgreich. Das ist nicht großartig. Aber natürlich, es hilft. Wenn es funktioniert, wenn du Geld hast, und du Geld hast, dann das Motivate. Und das Motivate. Und das Motivate. wenn du gerne kommentierst, das hilft. Das wirklich motiviert die YouTuber. Und das verdoubliche Effort. Und das führt zu mehr und mehr Videos zu werden, und die Community ist glücklich, und es wird glücklich. Und was ist der результат von all das? Das führt zu etwas, was ich wirklich mag. Oh, ja. One last thing. The critics von all this about quality control. Ja, wenn jeder etwas in kann, und was wenn etwas falsch ist. Und ja, ich kann sagen, dass es ein Algorithmus und das Rangt gut Videos und Bade Videos und Bade Videos mit einem Dislike oder Like. Und das ist der klassisch Winner-takes-it-all Prinzip. So, die besser die Videos sind, die mehr Likes sie bekommen, die besser es rankt, die mehr sie bekommen. Und in der Ende gibt es nur drei oder vier Videos in der Ende die wirklich gut sind, wo die Community sagt, ja, das funktioniert. Und dann die User, die Kommentare, die Kommentare, die Kommentare, die Kommentare. Und woher das führt? Das führt zu einem Globalen Knowledge Management System. Und das ist etwas das nicht mehr existiert. In der Vergangenheit, wir haben einfach zurück, wir wissen, bei bestimmten Menschen, es war Privileged Information. Und nowadays, es ist möglich, für die Menschen einfach zu bekommen. Everyone kann access zu den gleichen Informationen. Und das ändert all die learning- und auch die teaching- Well, wir leben in ein Welt, das immer schneller. Es gibt immer schneller. Dinge. Es gibt immer Es ist immer schneller. Es ist immer schneller. immer schneller. immer schneller. Und das bedeutet, für uns, in unserem Welt, wir müssen generieren immer schneller. Und natürlich Videos sind gut für das. An expert kann einfach einfach eine Video und dann es ist Es gibt eine Mikro-Degre. Eben 8-hour Kurses für Python Programme. Dann eine Mikro-Degree kann es eine und ein cool Ding. Und was das für teaching? Of course you need fewer teachers. You need one or two teachers for complete university because they are only there for questions for the difficult things because the basics are there in video. you don't need a prof to just stand there for 90 minutes you don't need that. And another thing what you can do you can do it completely online. that's especially useful today of course so you can isolate people and now at the university that's what I explained and then for companies of course there's a huge potential for these videos as well. products are usually bought according to the availability of tutorials in the net. Of course there's no hard statistics behind this now but how do I get this then? If I myself look for something for example a simple calculator so if I now want to know if I can use it if I do my research before buying then I just enter it into Google and then I see there's enough information so either it's not difficult to use or I can find an answer to everything and that's of course a huge boost in marketing and I use these two examples now Konrad and Reichelt just electronics companies and if you look for them in YouTube there's a lot of videos where they explain their products for example how can I improve my Wi-Fi at home and all these informations are available and they make them available as a marketing tool so that's also an advantage among companies if you can provide all this information people will find you when they're looking for tutorials and they can stand apart from others from the competition and the great boon is that it's not just in one company but it's multilingual and German English all around the world and yeah with this I want to close the topic and if there are any questions feel free to ask yeah thank you very much Alexander for the very interesting talk so questions I had a look at your youtube channel with around 32 thousand subscribers you're almost a youtube star or already are how do you students think about this how do they think about this and are you already using this in your lessons well first of all youtube star I don't know if I can claim that I think it's one of the biggest electro technology channels on youtube I use the videos in my lectures no I don't use them in the lectures I think of it as an add-on they can look at them additionally I have classic lectures I say who still has trouble who still wants to view more can use the videos at home but I'm not saying someone I hold the lecture but you still need to also watch these videos and there are people who just watch all the videos one day before the exam and try to learn on the way faster speed and will they pass then? well yeah they might that's not something just on my uni but completely the German speaking realm Germany, Austria, Switzerland yeah with these words thank you a lot for this very interesting talk I'm pretty sure we'll see one or two more videos and wish you a nice weekend nice rest of the day nice rest of the day thank you thank you thanks Vielen Dank.